hallo ich bin es der stefan und war heute mal wieder mit meinem 3g stepper bike unterwegs und möchte euch noch mal zeigen wie das teil aussieht macht sehr viel spaß hat ein wunderbares workout also wenn man da eine stunde fährt ist man schon ziemlich platt wer schon mal mit dem cross trainer trainiert hat mit einem mechanischen nicht elektronischen der weiß was man getan hat und hier kommt noch dazu dass mit bodenverhältnisse und natürlich auch der wind eine große rolle spielt leichte steigungen also man sollte nicht unterschätzen was für ein kraftaufwand das man hat wenn man eine stunde fährt das ist jetzt der 3g stepper das modell hammer macht sehr viel spaß und wie gesagt ist erstens stylisch und ich habe in meinem blog auch den vorgänger von diesem gerät den selbst gebauten das waren ein klapprad telamax sattel raus und so weiter und andere pedale ein bisschen andere ritzel funktioniert genauso gut hat man den selben workout und wie gesagt macht sehr viel spaß also eine stunde fährt als anfänger dann ist man schon sehr gut ich hoffe es hat euch wieder gefallen und tschüss bis zum nächsten mal